In unserem wohlbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit flogen noch Bienen umeinand mit Blütenstaub und Emsigkeit Doch diese Bienen sterben wegen Pestiziden die man spritzt, damit Monokulturen gedeihen Durch das Gift gelingt es nicht mehr heimzufliegen Spätestens im Winter gehen sie dann ein In leider nicht so ferner Zeit In einem bienenlosen Land fehlt allen Nahrung weit und breit Bestäubt wird nur noch von Menschenhand Vielleicht heißt dieser menschliche Bestäuber dann Herr Maier Vielleicht auch Herr Huber, Bauer, Müller oder Bayer Egal entschiedenes Handeln wär jetzt wirklich an der Reihe Sonst ist der letzte Bienenflug schon bald vorbei Dann Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020